Bei diesem Film habe ich das letzte Mal geweint. Cool Runnings. Dieses Spiel werde ich nie vergessen. Das 4 zu 2 im Derby gegen Viktoria. Die Fortuna ist? Meine neue Heimat geworden. Das kann ich gar nicht. Andere würden wahrscheinlich sagen kochen. Diesem Trainer habe ich viel zu verdanken. Da ist die einzig richtige Antwort, aber du bekommst ihn nicht. Mein nervigster Gegenspieler? Thomas Kraus? Mein Markenzeichen? Sagen wir mal meine Emotionen. Ich bin ein Meister in? Interviews? Thomas Kraus? Verrückt. Einmalig. Aber ganz klar, einer meiner besten Kumpel. Vielleicht der beste Kumpel, ja.